so hier sind wir wieder bei play sample und weiter geht es heute mit unserer allianz arena so ich hatte jetzt das samstag oder freitag gestern meine router ist im arsch gegangen das heißt ich habe in anderen besorgt mit kabel willkommen in den 90ern so ja ich habe jetzt hier jetzt keine zeit gehabt das hier zu bauen weil ich ja nicht online konnte das heißt bei xbox habe ich noch nicht auf privat eingestellt das heißt wenn ich mit meinem profil online gehe muss ich online sein oder bis die xbox ist das halt so dass sie die auf privaten modus auch einstellt dass die xbox auch da blablabla ist das halt auf jeden fall ging es nicht und dann müssen wir jetzt heute ein bisschen gas geben damit doch ein bisschen was bauen könnt weil auch timo der jeden tag mit der sms schreibt und sms nicht aber jedes mal kommentar eine folge was kommt heute für eine folge so auf jeden fall habe ich mir auch schon ein bisschen was ich habe gesagt ich muss auch ein bisschen zeit haben ich muss ja auch ein bisschen bauen üben wir habe ich habe jetzt gesehen hier müssen wir jetzt auch wieder ändern das heißt ihr habt das alles ja gebaut wie die bekloppten oder müssen wieder umändern so sieht es aus das kommt davor wenn man alles rucki zucki gebaut so auf jeden fall das ist ja nichts schlimmes wo ihr sagt ja toll ich habe mir das so angeguckt das heißt die komplette reihe also wenn wir jetzt hier unten sind diese reihe die erste tribüne müssen wir die steine hier weg machen die comeback flutschfutsch weg und da macht ihr komplett die steine davor also weil das ist dann so dass hier vorne sind die beton ist ja beton und davor sind sofort die die stühle oder stühle sind das ja nicht sondern für die bänke und dann kommt da nämlich das davor und das warte zack und dann kommt das davor natürlich wird das noch aufgeteilt dass er hier nur treppe geht aber das machen wir alles später das schneiden wir raus und da muss ich jetzt mal gucken ja genau das schneiden wir ja raus wie ich so dachte machen wir hier mittendrin und so das ist jetzt erstmal was ihr machen müsst wir machen das erstmal zusammen damit ihr genau wisst die erste tribüne machen wir die diga weg weil dann sieht man den beton ich wollte das so machen aber da genau am beton sind auch die die stühle das heißt wir machen jetzt das genauso wie hier davor habe ich hier komplett weg zwei davor setzen und dann ist das hier eine ebene dass das von hier aus direkt weiter nach hinten geht so damit ihr versteht ungefähr wie es funktioniert ich bin nur leicht verstopft ich habe ja ein bisschen an der müsst euch nicht wundern so ja dadurch jetzt auch keine route hatte habe ich ja die vision ist schlüren lassen also dass ich der erste bin auf youtube mit division und so und up to date ist das ist abgehakt schon mal aber es ist zählt ja nur wer ist das kommt ja bald schula 22 und atomisch zu stehen dazu erzählt ja nur das spiel spaß also ich bin ja jetzt nicht der große youtuber dass ich jetzt geklickt geil bin sonst würde ich auch jedes mal zu videos nach ende des videos sagen bitte abonniert mich gibt dem video ein daumen hoch denn das hilft mir weiter obwohl ich nicht weiß was hilft mir das weiter wenn ich jetzt daumen hochkriege aber so ist das also bei meinem video habe ich noch nie gesagt bitte abonniert mich geben video daumen hoch denn das hilft mir weiter dann kann ich auch meine miete bezahlen so ja und dann das ist ja auch mal so ein bisschen schlüren lassen das ja liegt ja auch daran dass ich auch ein bisschen aber zum wochenende hin einkaufen muss ne ihr seid ja zum beispiel bestimmt noch bei hotel mama ich nicht ich muss einkaufen und so ne ich kann ja nicht sagen dies woche bin ich nicht zum einkaufen gegangen da sage ich zu meiner frau ja diese können dies diese woche nur mutterbrot essen dann haben sie mir die faust in den arsch und benutzen wir als handpuppe das möchte ich auch nicht so das heißt ich muss alles selber machen ja so geht die rucki zucki schon fertig ich muss aber macht wort sprechen hier timo timo so auf jeden fall das habt ihr jetzt geschnallt jetzt wundert euch nicht aber ich meine das war's wir sehen uns wieder morgen auf jeden fall das habt ihr jetzt geschnallt dass wir was jetzt hier was ich jetzt euch sagen wollte ein bisschen verschlupft das ist mal scheiße wenn man dann verschlupft ist man sie nicht so richtig bei der sache so auf jeden fall also wir machen das noch mal hier so damit es versteht ich habe voll den laberflasch heute immer so zack oder macht er aber komplett rum das geht aber komplett rum bis auf die seite die seite machen wir jetzt gleich da wo die trainerbank ist ich muss ja noch die dinge da oben bauen die kurve habt ihr glaube ich hingekriegt hier hatten wir ja drei jahr zwei jahr zwei jahr einer einer und oben bist dann das gleiche aber nur dass dann nicht zwei einer sind sondern drei einer das heißt jeden drei jahr zwei jahr zwei jahr einer 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 je nachdem so und dann müsst ihr ja einfach nur so bauen ich habe ja gesagt die kurve machen wir zusammen aber das ist ja nichts wildes ihr müsst einfach nur hier so nach vorne bauen so zack hatte so nach vorne bauen und dann immer so dass sie dann hier den nimmt also da macht der bledet pass auf so also da seid ihr soweit und dann seht ihr ja hier muss ein eingang sein das heißt wir gehen noch ein vor okay dann noch ein vor und das könnt ihr bauen wir wollt so so da geht das wieder so dass man hier nur eingang hat so ne so es kann auch sein dass ich gleich mit der let's play mit die nase putze dann sind wir hier bei asitv oder so meine frau sagte mich kann auch video schneiden über die nase putze aber ich habe ja auch gesagt bei den nachrichten machen das ja auch nicht und hat sie gesagt du bist ja nicht bei den nachrichten so jetzt sieht er jetzt hat da habt ihr jetzt hier einer einer und dann ist das hier wieder zu das heißt dann wieder im prinzip bisschen auffüllen und dann wieder so weit geht dass ihr dann wieder eingang gehabt so zack und dann hier zack und dann hier zack oder geht es immer so weit das habt ihr jetzt so einigermaßen verstanden so so das ist jetzt hier auch wieder auffüllen und so und dann habt ihr hier eingang und da geht das ja alles von selber dann schlackbogen fertig so läuft das bei play sample ich konnte ja auch gestern nicht zocken das ist ja das ist hammer gewesen wenn du nicht zocken kannst du kannst du nicht mal internet mit dem handy aber wenn die ist ja pengle aber das war ohne scheiß da fühlt man sich richtig verloren da merkt man erst mal richtig aus einem der fehlt xbox internet da muss man sich den scheiß im fernsehen gucken wenn man sich das den ganzen tag anguckt das ist asi tv ohne scheiß das kannst du gar nicht mehr gucken du scheiß im fernsehen brennpunkt familie und so ist alle voll die durchgeknallten leute so auf jeden fall jetzt habt ihr jetzt jetzt so die kurve gemacht so dann geht er nach oben so dann sind wir jetzt hier angekommen okay das habe ich jetzt hier das ist das hier geht er ja aber um komplett also nicht dass er jetzt sagt er hätte das ist halt so ich muss ja die ganzen fotos von selber raussuchen und dann gucken wo wir was verändern und so und darum dauert das immer so lange weil ich dann immer genau sicher gehen will was kann man so was machen was fehlt da noch weil ich muss die verschiedene perspektiven bisher ich gebe ja nicht bei google plus ein google plus schon google bild eine ganze rede und der gibt mir die kompletten komplette skizze von oben nach unten vogelperspektive und dann da muss ich alles erstmal gucken wo ich am besten gucke so oder macht er hier ist das gleiche jetzt haben wir hier und immer hier ach so da bist du hier wie ich schon sagte da muss der eine stuhl hier sein aber diese bank das bedeutet das kann wieder weg das kommt dann so vor bis er hierhin so 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 und dann hier tag darauf fertig also jetzt habe ich das gebaut so muss es aussieht okay so dann kommt das nächste jetzt habe ich mein foto acht minuten ich bin gut in der zeit pass auf weil wir müssen noch gleich die wippen und schmau da habe ich mir auch schon geübt da halten dass wir jetzt nicht dass hier auch nicht so lange warten müsste und dann das haben wir die beiden öffnungen das heißt hier auf der seite gut da bin ich noch nicht fertig aber hier habe ich schon fertig und dann können wir das zusammen eben machen das bedeutet hier ist ja hier so ein eingang ich weiß ja nicht was er durchfährt auf dem trecker durchfährt ich weiß es ja nicht so und dann patsch patsch machen wir den weg das bedeutet jetzt hier das hier die drei wir haben jetzt hier 1234 das sind die außen liga da machen wir den hinterher zit wo knall ich den jetzt sind dahin so so da machen wir die außen liga dahin ein oder da 1 2 3 4 da so dann bist du genau aha alles klar so aha alles klar heißt wir machen jetzt hier weg da machen wir hier ein hin und da ein hin so das ist auch noch klar ne so dann geht das immer so weiter ab die beiden machen wir jetzt hier noch ein hin der ist ja höher normale und dann könnte da hier schon mal alles wegschlagen so takt 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 und wegschlagen und da müssen ja auch hier weil das hier anthracitis hier natürlich auch das gleiche machen werden muss ja auch passend so wo sind wir hier da sind wir das und zack zack das und das so weil man da muss ja auch noch weg machen so so dann habt ihr jetzt hier so ne so passt es so dann bist du mal ich muss gucken ich muss ja fast bis dahin da müssen wir jetzt hier das haben wir ja schon vorgebaut da macht jetzt hier zwei hin das muss immer jetzt immer wieder also die beiden bleiben gleich und da geht das jetzt stein für stein eine treppe höher das heißt ja den doch ein höher das heißt hier einer keiner mehr da einer mehr und dann müssen wir hier bis wohin wir gehen das heißt aber da ist die tribüne da ist noch weiter wir machen noch ein stein das heißt hier so jetzt da und noch einer höher da sind wir hier um das passt ungefähr vom foto her ja ist ein großes tor warte mal ich muss noch von vorne gucken so ja ok lassen wir so wo wir kommen ein machen wir noch zack 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 so das muss ein bisschen gleich bleiben das heißt hier geht das war gleich so jetzt machen wir es noch mal also wir machen jetzt damit es noch mal verstanden habe so das heißt die ersten beiden sind zwei stück und dann geht das immer einer höher das heißt hier ist einer dann den drauf noch einer höher also wie die treppe immer ein die beiden gleich dann da dann eine höher eine höher eine höher eine höher so ok dann machen wir es so eben schnell und dann schlagen wir das wieder raus da müssen wir noch gleich und wieder gleich machen also und die beiden letzten die macht er beide gleich so er ja genau macht er beide gleich so so sieht es aus so da wird nuckel weiß raus jetzt hier eben so hat man hier so und da geht das bis auf den boden das heißt nicht ganz bis auf den boden wir müssen ja hier den boden machen den machen man auch mit anthrazit der ganz egal ist der beton so warte mal dann haufe ich das eben weg damit es ein bisschen schneller geht weil wir müssen ja noch ein bisschen was bauen zack 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 bis seitdem ok das heißt hier dann kann ich das hier gleich verbinden das heißt hier die steine treffen sich jetzt das heißt warte mal so gleich hoch das heißt es hier eine linie ergibt den raus den da drauf den daraus den darauf und dann haben wir das hier so eine linie zack und dann könnt ihr das alles weg jodeln gucken wie weit wir da gleich kommen mit der lunge jetzt muss ich ja erstmal hier mit euch diesen trecker eingang machen und dann gucke ich mal ob ich heute ein bisschen dev division spiele das hat ja auch gesagt er kommt in zwei stunden obwohl jetzt ja zwei stunden sind ja schon fast vorbei aber irgendwie funktioniert das nicht dass ich die freunde angucken kann müssen wir mal gucken so auf jeden fall jetzt hier da und die dinger macht ihr bis auf den boden das heißt hier können wir jetzt hier direkt hier auf dem boden erstmal noch welche hin machen und dann hier so verbinden dass sie dann so das heißt dann ist das scheiß egal aber so dass das hier so zu ist oder hier machen wir auch einfach beton oder ihr macht das hier normalen stein so verbinden den weg da 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 und dann sind wir hier fast fertig so dann muss ich ja so aus das ist der eingang ja genau das geht aber so ein stück höher okay das passt schon so weit dann habe hier zack da muss ich hier noch hoch also dann machen wir hier ja gut das ist jetzt hier da bist du jetzt hier du warte mal da ist ja die wo das hier so zu ist wo sie das so bananen jetzt aus wie besoffen gewesen oder was der geht nach da denke doch das passte ich wollte irgendwie balabala eine bühne so das heißt die woche macht er hier wo die zwei dinger sind 1 2 3 4 also die beiden dabei 1 2 3 4 wo es hier so lang geht das lässt ja offen das ist ja hier geht es ja in die halle oder was ich wurde ich weiß es nicht ich weiß gar nicht was das sein soll auf jeden fall sind das auf beiden seiten ist das ding die öffnung ich weiß ja nicht was er durchfährt das ist ziemlich groß da kann am panzer durchfahren so dann müssen wir hier die lassen wir offen aber die seite bleibt geht noch runter das bedeutet wir machen dann gehen wir hier noch wieder bis und hin patsch patsch dann könnt der hoch so so ich weiß dass ich jetzt noch ein bisschen hier äh labanisch was wir hier machen ne so aber ich muss ja euch wenigstens zeigen wie das dann aussehen soll und äh wir sind ja gleich sofort geht es sofort weiter damit aus nudeln neu bauen so und so und so und so und so da jetzt haben was und wie ich schon dachte ihr könnt das ja auch in steine machen das ist euer geschmack dass wir hier machen wie der boden ist ja ich mache jetzt die reihe nur so und dann komplett dahin trinken also was haben wir denn jetzt noch ein lagebot warte mal 16 minuten gar nichts mehr jetzt habe ich euch zu genudelt wir haben nur diesen eingang gemacht jaja dann mache ich gleich noch eine neue folge ich habe mich ja vorbereitet dann kriegt er zwei folgen nachher da müsst ihr müsst ihr unterschreiben dankeschön das ist aber nett von dir so warte nudel weiß ich noch ein bisschen aus so sieht das dann aus hier muss man auch noch weg also dass das hier ein eingang wird ich weiß nicht was da drin ist so schack und dann hier habt ihr hier und die seite ist das gleiche auch das heißt hier habe ich ja noch nicht fertig aber das das gleiche prinzip oben bauen und dann müsste das erst ausschneiden so sieht das dann aus okay das haben wir jetzt fertig der eingang und dann kommt da der gleiche eingang ne so das haben wir schon mal okay so dann machen wir jetzt passt auf so jetzt haben wir hier die seite da ist das ende und dann fängt das ja hier an wenn ihr das gebaut habt dann den pfeil habe ich genommen ne warte mal da machen wir es anders das machen wir anders das muss ja so also habt ihr das gebaut müssen wir jetzt hier ist der eingang also dieses weiß ich nicht treppenhaus warte mal gucken ob ich noch eine da weg nehme ne 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 machen ich muss euch das erstmal alles einzeln erklären ich bin fertig so auf jeden fall so muss es aussehen tada so jetzt weiß ich nicht ob da oben geländer ist ich weiß es nicht ich glaube nicht so das haben wir das mehr so so den eigenen kammer so das ist der eingang so dann haben wir jetzt hier 18 minuten verballert und dann mache ich jetzt jetzt auf oder weiter 18 minuten seitlich schon lange dann würde ich sagen wir sehen es bei der nächsten frage eine folge für so ein piller wettchen hier so ein egal auf jeden fall braucht das erstmal so dass sie den eingang gehabt aber keine angst ich mache jetzt sofort eine folge hinterher weil ich habe mich wie schon sagte ich habe mich hier vorbereitet dann kriegt heute zwei folgen und dann könnt ihr ein popelt und ich muss erstmal bis hier oben bauen und dann poppel ich den rest weil dann kommen die die treppen und so scheiße so das bedeutet baut das jetzt den und auf der seite kommt das gleiche auch hin wenn ihr das gemacht habt dann kommt gleich die nächste folge bis gleich so 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 so